Heyho, hier ist Ronja und wir spielen heute die ganz, ganz, ganz neue Version von Minecraft, die gerade rausgekommen ist. 1.14! 1.14! Genau, und wir haben... Und wir haben schon zwei Trottel dabei, also mich und Tom, so so. Wir sind bestens vorbereitet. Ja, ich bin auch ein Esel. Wir haben bei Flo schon ein bisschen was auskundschaftet und haben dann in der Ruine ein bisschen Kram gelootet. Das heißt, wir können jetzt heute Schildkröten ausbrüten. Und ich habe diesen kleinen Vogel hier gezähmt. Ja, wir sind unter uns, gell? Komm, ja, lass mal runter, boh, hier. Okay, ich folge euch. Ich bin auch fertig. Okay, ganz ruhig, okay. Ich habe eine Idee. Schau mal her. Ganz ruhig. Fallen wir jetzt einfach so einen Schacht runter? Okay, ich habe einen Plan, ich habe einen Plan. Okay, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Du kannst mitbauen. So, hier ist ein fucking... Du kannst vielleicht mal mit dem Vanager handeln, oder so. Äh, wir sind denn Vanager? Ich habe zwei Emeralds, aber die Vanager verstecken sich jetzt gerade alle. Du hast keine Axt. Ich bin jetzt eingesperrt. Guck mal, Röntgenau, wir haben ein wildes Chaos vorgefangen. Nein, Topf, nicht schon wieder. Topf, ich grabe mich jetzt unterirdisch zu deinem Haus und dann spreche ich das. Nein, so, Flo, guck mich. Da sehen wir schon leichte Aggressionen gegeneinander. Ey, das ist Kohler. Aber das scheint ganz normal zu sein. Nein, man, niemand hat Aggressionen hier. Ich finde die Villager nicht. Ich möchte hier gerne handeln, aber... Sehe ich mir niemanden. Ein bisschen kommt mir das so vor. Der ist überall, der müssen doch Villager sein. Oder kannst du... Ey, ein bisschen... Ein bisschen buckt's gerade. Die einzige... Ehrlich? Wer euch? Doch, ich höre überall Zombies. Ich höre auch überall Zombies. Oh. Ey, Flo, was hast du gemacht? Hast du irgendwas kaputt gemacht, Flo? Hast du irgendwas kaputt gemacht? Alter! Was ist das? Diese Mine mit einer Milliarde Monster. Okay, geht nicht darunter. Okay, wir gehen nicht darunter, wir wollen nicht zu den tausend Monstern. Äh, wir... Hast du schon einen Villager gefunden, Topps? Siehst du die nicht? Ich finde die nicht. Ich will handeln. Ja, ich will handeln. Mit den langen Lasern vorbei? Ja, ja, ja. Hä, wo? Siehst du die nicht? Ja, bei mir sind keine Villager zu sehen. Haha. Die sind unsichtbar. Ernsthaft? Ja. Nein, da hier sind die Wand. Hier ist einer. Siehst du den nicht? Nein, hier ist keiner. Wollt ihr mich vereinbaren? Ernsthaft? Nein, ihr trollt mich. Hier ist kein Villager. Hier ist kein einziger. Hier ist kein einziger. Doch, hier ist ein Villager. Willst du mich veralbern? Er braucht Kontaktlinsen. Hier ist keiner. Guck mal da! Hier ist kein einziger. Ach, Bonja. Tops, springen wir hier rein in den Brunnen. Da unten ist Gold. Was ist da unten? Das ist Gold? Siehst du das gerade? Ich springe. Du, 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 du. Ich wollte Topps trollen runter, das macht Spaß. Nein. Und du springst aber auch wirklich ran. Nein. Flo, hör auf, hör auf. Das war das Ende. Nein, nein, nein. Flo, hör auf. Oh mein Gott, ich kann nicht laufen. Nein, hör auf du. Hör auf. Hier gibt es scheinbar diverse Streichigkeiten. Das hier ist übrigens Topps Haus. Mit den 3-Wort-Shot. Hast du ihn mit dem Bogen erschossen? Du, ich habe ihn mit meiner Schönheit erschossen. Ah. Da kannst du aber gar nichts schießen, wenn die nicht vorhanden ist. Ah! Ich hör auf, das ist ein sehr intelligentes Haus. Außer das Schild ist unintelligent. Hör auf! Schrei mich jetzt nicht Topps! Also mein Schild habe ich selbst entworfen. Das ist auch schöner als die anderen Schilder, weil das ist ein bisschen helleres Holz. Nimm mal die, nimm mal die. Was hast du denn? Oh, schlicht gerade ein Eier. Okay. Moment. Ja, ich bin so bereit. Kommst hier, aber geh nicht hier, geh nicht in dieses Loch hier rein. Ich geh nicht in das Loch. Wenn ich hier reinfällst, bist du tot. Oh mein Gott, ja, das haben wir ja schon. Guck mal, ich mach mal Schildkröte. Awww. Pflanzt mal hier am Sand irgendwie so diese Eier an. Moment. Ich nehme das Ei. Das ist Sand. Das ist Sand. Leg mal alle deine Eier hier irgendwie so hier drauf. Hier ist ein Ei. Und hier ist ein Ei. Nein, nein, nein. Alle auf dem selben Ding. Alle das gleiche? Ja, ja. Jetzt ist das Ei halt hier. Moment, dann baue ich sie da ab. Oh nein. Du hast gerade eine Schildkröte. Ich hab sie getötet. Jetzt gibt's Spiegel. Nein. Jetzt hast du sie getötet. Stopp! Topsy Zerstörer. Ich hab nichts kaputt gemacht. Ich hab nichts kaputt gemacht. So komm mal hier. Und jetzt machst du den. Und jetzt machst du den. Und jetzt machst du den. Oh, okay. Und dann kommen noch mehr Schildkröten. aus der Luft. Sie fliegen. Sie fliegen. Es sind Fliegschildkröten. Äh. Und jetzt heißt, warte mal. Egal. Da wagt man auf dem Schildkröten. Und äh. Können wir die, also. Ich schwimme mal hier rein. Geh 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 mal hier rein. Warte. Siehst du das? Ja. Oh, das ist voll cool. Ja man. Wir sind sogar Fische und alles. Die Fische kenne ich. Oh, das ist ein Delfin. Ernsthaft? Wo? Äh. Hier. Bei mir. In der Nähe. Die sind extrem selten. Wo hast du denn gefunden? Der schwang hier. Jetzt seh ich ihn nicht mehr. Warte. Geh mal. Geh mal. Geh mal. Geh mal. Geh mal. Geh mal. Geh mal bei Steuerung. Irgendwie siehst du Sachen, die sonst kein anderer sieht. Dann bist du schneller. Ich sag euch, der Mann, der Felix. Hier ist er. Da. Seht ihr? Ist klein und er ist schnell. Geh mal grad für dich an. Irgendwas anderes greift dich an. Irgendwas anderes greift dich an. Du trinkst. Oh. Ja. Schwimmerfahrung ist auf jeden Fall vorhanden. Ey, mega. Nein, es gibt auch Schiffsracks. Du sagst, was man finden kann, gell? Ja. Ich höre die ganze Zeit. Also richtig cool. Aber das ist ja schon seit 1.13 da. Das ist jetzt ja ganz... Aber wir haben ja schon Tops und Tops ist sowieso eine Bracke. Ah! 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 Okay. Nein! Hör auf! Wer kommt bei dem Satz, lass dich töten? Ist jetzt meine Frage. Ich will nicht sterben. Weißt du, Tops, wenn du weiter frech bist, dann schlupfst du dich in das Loch mit den Monstern. Nein. Dann musst du Tops jetzt übernachten. Nein! Nein! Rache ist blutig! Ah! Ich glaube, das ist immer noch mein Vogel, oder? Leute! 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 Oh mein Gott! Ja! Tops, geh nicht in das Haus ran. Ich habe vielleicht, oder vielleicht auch nicht, diese bösen Bilder in das Haus gelockt. Oh! Oh! Schade! Oh mein Gott! Warte, ich höre hier... Geh nicht da rein! Geh nicht da ran! Oh! Hier sind zwei von diesen Nashorn-Dingen! Oh mein Gott! Moment, Moment! Töne Tops nicht mehr! Es ist alles gut, wir haben das! Äh... Erstmal würde ich sagen, gehen wir auf die, die schießen. Weil die, die schießen sind... Das geschieht dir recht. Alles klar, dann muss man alles alleine machen hier. You died. Alter! Oh nein! Bleib im Haus drin! Ich bin nicht im Haus! Ich bin nicht im Haus! Komm rein! Wo? Oh mein Gott, die blöde! Ich komme nicht zu meinem Haus! Die, 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 die Nashörner sind einfach... Tops! Du hast meine ganzen Kersting hier abgebaut! Ja, das ist das... Das ist das... Weil es ist weniger Heizkosten. Okay, wir töten die von hinten. Wir haben gar keine Chance. Die sind hier im engen Gang drinnen. Das ist so eine Art... Super-Strategie. Ich sag euch, wir haben das. Da... Gar kein Problem. Der Erste ist tot. Die droppen Emeralds, was super cool ist. Das heißt, wir können dann gleich mit den... Villagern, wenn wir sie mal wieder sehen können... Alter, ich komme jetzt mit dem Aussicht mehr raus! Und zwei von denen! Verhandeln? Oh, hier ist einer! Ich freue mich gerade, weil ich einen Villager gefunden habe. Junge, das ist... Illager Beast. Die können überbauen. Wir klettern! Das ist ja verrückt. Komm! Auf mich! Komm! Ich bin der... Aua! So! Denen ist ja richtig flug! Okay! Ist ja richtig flug! Ja, ja! Haha! Alter! Die ploppen hier! Da hören wir so richtig was, gell! Ja, ja! Die sind richtig aggressiv! Junge, ja! Egal, wir haben das! Wir haben das! Der will mich nicht angreifen! Seht ihr das? Er ist freundlich gesinnt! Oh mein Gott! Da ist er so gestoßen! Nicht freundlich gesinnt! Kann ich mehr machen! Okay! Erst zwei Tore! Ich bin in einer guten Quote, würde ich sagen! Natürlich! Oh! Alle! Hier in Sattel! Uh! Dann ist das Schild ja richtig gut! Dann kannst du die jetzt alle killen! Wenn du sagst, du hast es mit dem Schild, dann gar kein Problem! Ich habe schon vier Sattel! Ich bin ja so gut! Ich bin Sattelsammler! Ja, du bist ein Settler! Settler! Richtig! Hallo Villager! Möchtest du handeln mit mir? Was möchtest du mir geben? Nichts! Die wollen alle keine Emeralds! Schießt hier doch jemand? Ich höre noch was schießen, ja! Aber ich glaube, das ist in Tops Haus dran, oder? Ja! Moment! Ich höre... Was ist das für ein Geräusch? Woher kommt das? Woher kommt das? Oh mein Gott! Ich glaube, dein Haus ist eingenommen worden! Mein Haus ist eingenommen worden! Ja, Mann! Ja, Frau! Warte, warte! Nein! Gehe ich zu kurz! Was? Das sind so super mutierte siebte Galaxies, du weißt! Oh mein Gott! Die haben grüne Augen! Ey, Leute! Bestimmt nicht mal mit der siebte Galaxie! Die Folge kam doch nicht, gell! Ne, die Folge kam doch nicht! Demnächst kommt bei Ronja eine geile Folge! Mit der siebten Galaxie! Absolut! Oh Leute! Diese Kiste! So! Was tut die denn? Ey, die habe ich gebaut, die Kiste! Glaub mir nicht meine Sache! Das hier ist mein Haus übrigens, zur Erklärung! Ich habe mir hier schon eine kleine Kiste gebaut! Oh! Dankeschön! Ja, das ist von der Fledermausviechchen, glaube ich! Ey, das hat tatsächlich schon die ganze Zeit, wenn du die in die Hose machst! Oh, warte, warte, warte! Was habe ich jetzt? Ich habe einen Crossbau! Aber ich habe einen von diesen anderen! Es gibt ja die, die man haben kann und die... Hä, wirklich? Ich habe so einen breiten Crossbau von den Illidan! Ne, ne, ne! Das ist ja nur ein Crossbau! Das andere ist ein Bogen! Ach, dann hatte ich nur einen Bogen! Oh, guck mal, guck mal! Wenn man das aufzieht! Schau mich mal an! Das siehst du sogar mit der Hand, wie ich das aufziehe! Oh! Oh! Sieh mir das bei... Ja, sie bleiben bei mir auch! Oh, nein! Habe ich gerade selber abgeschossen? Ich habe das Ding reflektiert! Leute! Papa, geil! Oh, weil du auf mich geschossen hast! Ne, ne, ne! Mein Papa, geil, ist gesch... Nein! Ach, du hast auf mich geschossen? Oh, du standst sogar im Chat! Mein Papa, geil, ist tot! Äh, egal! Er hat ein schönes Piratenleben gehabt! Ah, wo ist die Schildkröten geschlüpft? Ja! Sind die Schildkröten geschlüpft? Ich glaube schon, warte mal! Ganz ruhig! Oh, oh! 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 Oh, nein! Hier ist wieder ein... Ara, Papagei, Vieh! Ernsthaft? Es sitzt da drüben einer! Vielleicht sehen die auch noch gleich aus! Schau mir in die Höhle rein! Doch, hier ist er! Geh mal hin! Versuch mal ihn hoch zu sehen! Oh, nein! Guck, er kommt! Er folgt mir! Schau mir in die Höhle! Ich weiß nicht, ob da noch Monster drin sind! Ihr schubst mich da nur rein, oder? Wenn das so weitergeht! Hä? Was ist? Ihr schubst mich da doch nur rein! Egal, komm her, komm her, komm her! Oh, da sind's! Die Monster kämpfen miteinander! Guck mal! Alter, die sind so cute aus hier! Das sind Babyscheidkröten schon mal! Guck mal, wie many! Die ist ja winzig! Die ist die Mutter, glaube ich! Die ist ja kleiner als das Ei! Die sind echt keine Hase! Die müssen hier irgendwie reinpassen, gell? Ja, das ist wenigstens mal logisch durchdacht hier! Schau mir, sind ein paar kleine Babys schon unter Wasser! Schwimmen die? Ach guck mal, die... Aaaaah! Kann man die füttern? Nee! Guck mal! Ich wöhn keine Melonen! Ich wöhn keine Melonen! Das ist aber komisch! Seit wann essen wir den Schildkröten kennen wir Melonen? Ernsthaft? Hauptnahrungskönle normalerweise! Oh, ich glaub ich weiß warum wir die ganze Zeit von dem Papagei... Ich weiß warum die ganze Zeit... Das ist der Papagei, der macht die ganzen Monster Geräusche nach. Ach stimmt! Macht der die Monster Geräusche nach? Ja, 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 deswegen höre ich die ganze Zeit so zsssss! geräusche können das ja die könnte nach sprechen ja das ist jetzt müssen wir die papagei bringen abonniert meinen kanal ich wollte dir helfen damit du an Land kommst ich wollte auch nur helfen damit du ein bisschen damit du ein bisschen damit du ein bisschen damit du kriegst aber wie kommt der denn da hochgeklettert ich bin ich komme auf diese blöden holz der mich hochgeschlagen jetzt kommt ich glaube ich bin grünes bett auf das war schon wenn ich die folge gefallen hat dann abonniert den kanal und schon unbedingt bei flo und haus dabei die nehmen nämlich auch 1 14 auf und dann seht ihr die ganzen abenteuer die wir leben auf dem neuen